Merry Christmas! 30. Dezember und noch immer sind viele Weihnachtsgäste nicht gegangen. Was tun? Die ersten weniger passenden Geschenke werden bereits zurückgegeben. Der Weg zur Tür führt über den Fußboden. Mami und Papi müssen sich doch sehr wundern. Und hier können sie erleben, wohin die anti-autoritäre Erziehung führt, wenn man nicht aufpasst. So ein Verdauungsproblem hatte ich auch mal. Das hier ist Frau Buschfeld auf einem Sonntagsausflug. Aber schon bald flammen die klassischen Vater-Sohn-Konflikte wieder auf. Und prompt machen die Halbstarken es nach. Aber auch in diesem Jahr werden...